Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, zum Beginn dieses Videos, dass ich nicht wirklich weiß, worüber ich jetzt reden soll oder beziehungsweise viel eher, in welcher Art und Weise ich über das reden soll, was ich gerade eben im Kino gesehen habe, nämlich Us oder zu deutsch Dir, der neue Film von Jordan Peele. Und wem der Name nix sagt, der kennt aber vielleicht Get Out, seine bisher bekannteste Arbeit, würde ich mal so sagen, denn seine Comedy-Sachen sind in Deutschland nicht ganz so bekannt. Get Out kam 2017 in die Kinos und hat vor allem auch in Amerika gerade den Box-Office gesmashed und Jordan Peele hat dann gerade dafür auch den Screenwriting-Oscar gewonnen. Und das ist auch so die Bürde, die jetzt so ein bisschen, fand ich, oder ich fand, man hat das im Vorhinein gespürt und auch im Film gespürt, die so ein bisschen auf wir lag. Ein Film, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, fand ich persönlich wie Get Out. Also schon mal an der Stelle vielleicht ein erster kleiner Verweis. Wer Get Out nicht so mochte oder wer auch diese ganze Horrorschiene nicht so mag, der wird auch vielleicht bei wir so ein bisschen seine Schwierigkeiten haben. Und jetzt kommen wir schon viel zu früh zu dem großen Plot-Twist dieser ganzen Review, denn ich habe mich gerade selbst beschrieben so ein bisschen. Ich mochte Get Out nicht besonders viel und vor allem auch bin ich absolut kein Fan von Horrorfilmen. Das hat vielerlei Gründe, die muss man jetzt hier gar nicht groß auffächern. Was ich damit nur einfach sagen will, ist, wenn ihr jetzt hier die Perspektive eines Horrorfans wollt oder von jemandem, der sich mit den ganzen Fachtermini diesbezüglich in dem speziellen Genre auskennt, dann seid ihr hier völlig falsch. Da gibt es bestimmt genug andere Reviews auf YouTube, mit denen ihr mehr anfangen könnt. Was ich hier aber anbieten kann, ist einfach eine Perspektive zu eröffnen von jemandem, der halt eben normalerweise keine spezifische Perspektive auf solche Filme hatte. Und da kann ich gerade eben nochmal den Schritt zurück machen und auf Get Out gehen und nämlich sagen, dass ich da auch schon ein Stück weit feststellen muss, ich mag den Film an sich vielleicht nicht zwingend, aber ich mag, wofür der Film steht. Nicht nur das, weil es da natürlich auch ein bisschen um Race geht und um Rassismus und halt auch eben die Perspektive der dunkelhäutigen Bevölkerung Amerikas, die das so ein bisschen aufgefächert hat. Dementsprechend mag ich, wie das Ganze verarbeitet wurde, dass Jordan Peele da in so einem Horror-Korsett mit einer Prämisse von einer romantischen Komödie irgendwie auch Science-Fiction-Elemente verbunden hat. Das sind irgendwie so Sachen, wo ich einfach, das finde ich so grundsympathisch. Und genau diese Sympathie rettet Jordan Peele als Autor und vor allem auch als Regisseur, weil das meiner Meinung nach so eine größere Trumpfkarte ist sozusagen, mit in wir. Bedeutet also eine Regie, die mir persönlich sehr zugesagt hat, Schauspielleistungen, die wirklich unfassbar krass waren, vor allem Lupita Nyong'o, die ich eh sehr, 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 sehr gerne mag und von der ich irgendwie immer noch denke, sie ist 20 und spielt jetzt in dem Film eine Familienmutter. Und das war irgendwie ganz weird, weil ich die ersten paar Minuten dachte, sie sei auch eine von den Schwestern, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da muss ich mich fast schon ein bisschen schämen, glaube ich. Aber wo es dann überraschendermaßen bei mir so ein bisschen wieder mal, muss ich sagen, hinkte, war, wenn es um Plot geht und auch wenn es um Subtext und wenn es um Themen dieser ganzen Sache geht. Und da versuche ich jetzt so ein bisschen meine ganze Argumentation drauf fußen zu lassen, dass ich nämlich ein bisschen da reingehe und ein bisschen sage, so auf dem, also das High Concept des Films, so der über allem liegende Plot, dass es quasi eine Familie ist, die in Urlaub fährt und dort dann von einer anderen Familie bedroht wird, die ein dunkles Geheimnis hat, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie viel die Trailer vorweggegeben haben. Müsste ich mich dann halt vielleicht auch einfach mal erkundigen. Es ist auch einfach echt nicht geil von mir. Jedenfalls klingt das halt im ersten Moment vielleicht etwas generisch, aber die Originalität, die Jordan Peele aus so einer vielleicht doch eher sporadisch klingenden Prämisse herauszieht, ist bewundernswert. Wie er das Ganze dann aber verarbeitet und wie er den Plot quasi vorantreibt, sagt mir in vielen Fällen nicht immer zu, was vielleicht auch in Teilen einfach daran liegt, dass sehr viel, sag ich mal, also es ist eine komische Mischung, die auch schon bei Get Out ähnlich war und vielleicht kann ich das aufgrund dessen so ein bisschen beschreiben. Der Plot wird selten dadurch vorangetrieben, dass wirklich Personen aktiv irgendwas machen, um dann weiterzukommen, sondern vielmehr dadurch, dass nochmal kurz erklärt wird, was jetzt gerade passiert. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass der Film, was seine Thematik und seinen Subtext und all das, was da drin steckt, angeht, so verschlossen ist, dass es für mich persönlich und ich würde mich jetzt, mit der Tatsache, dass ich nicht wusste, dass Lupita Nyong'o die Familienmutter spielt, das muss man voranstellen, aber ich würde mich jetzt nicht als den dümmsten Kinogänger aller Zeiten bezeichnen und ich habe ja auch schon den einen oder anderen Film mal gesehen, und einen Subtext zu dekodieren und die Thematik aus Filmen herauszufiltern. Das sind Sachen, die mir Spaß machen, aber trotzdem fiel es mir so unglaublich schwer, da dann durchzusteigen und selbst wenn es dann mal Momente gab, wo gefühlt dann mal so ein bisschen erklärt wird, worum es geht, dann gibt es halt irgendwie auch nur so Aussagen. Es wird zum Beispiel einmal im Film gefragt, wer seid ihr? Und dann gibt es eine Antwort drauf und ich dachte dann so, oh, okay, das lässt mich gerade irgendwie tiefer blicken und aufgrund dieser Aussage kann ich vielleicht jetzt den Film etwas besser durchleuchten, aber Pustekuchen, so wirklich was gegeben hat der Film mir da nicht und das alles. Ich habe mich in meiner These, die ich so dann über den Film hinweg entwickelt habe, ein bisschen bestätigt gefühlt, als es dann im dritten Akt eine Konfrontation gab zwischen Lupita Nyong'o und ich nenne es jetzt mal die Antagonistin, die eben auch aussieht wie Lupita Nyong'o, das sieht man ja sogar auf dem Poster, wo dann eben alles nochmal erklärt wird. Und das erinnerte mich so ein bisschen, falls jemand den Film gesehen hat, an Fantastische Tierwesen 2, wo es auch im dritten Akt plötzlich so 10 Minuten gab, wo einfach nur noch erklärt wird, was den ganzen Film über nicht erklärt wird. Und dann denke ich mir persönlich immer so ein bisschen, ich finde es ist nichts Schlimmes, ein Mystery aus manchen Sachen im Plot zu machen, aber ich spüre immer öfter eine Tendenz dazu, das dann doch noch weiter heraus zu zögern, um das Mystery noch länger Mystery sein zu lassen, aber halt auch nur des Mysteries wegen. Es ist dann nicht so, dass das irgendwie ein mystisches Objekt ist, das dann enthüllt wird. Nein, es wird irgendwie nochmal komplett den ganzen Film rückwärts abgearbeitet, um den Subtext herauszufiltern und dann zu sagen, oh, guck mal, das war schockierend und ihr habt das die ganze Zeit über gemacht und das fanden wir nicht gut und deswegen ist das jetzt so und so. Und dann frage ich mich halt manchmal, würde es da nicht einfach mehr Sinn machen, solche Offenbarungen vielleicht ein bisschen weiter vorzuschieben und dann die Charaktere innerhalb der Handlung auch sich damit auseinandersetzen zu lassen, um halt eben das Drama zu erhöhen, weil letztlich ist ja Film nichts anderes außer Drama zwischen Figuren und Konflikten. Aber wie soll der Konflikt ausgespielt werden, wenn man ihn erst wirklich im finalen Akt, nicht nur das, sondern auch in der finalen Szene erfährt? Ich ganz persönlich für mich, das muss ich sagen, ist eine sehr persönliche Sache dann an der Stelle, konnte nicht dekodieren, worum es jetzt wirklich in dem Film geht. Es ging so ein bisschen um die Rassenthematik, es ging ein bisschen um Unterdrückung, es ging ein bisschen um das amerikanische Volk an sich, aber so wirklich frage ich mich dann, ist es meine Doofheit, ist es tatsächliche Intention des Autors von Jordan Peele an der Stelle, den Zuschauer dann eben wirklich rausgehen zu lassen mit diesem Gefühl der Ungewissheit, der Unzufriedenheit? Und das fiel mir alles relativ schwer, was natürlich auch nochmal dadurch bestärkt wurde, dass ich mich einfach in dem Genre Horror nicht sehr zu Hause fühle, dass ich teilweise diese Sogwirkung sehr gespürt habe, die der Film auch zu erzeugen wusste, vor allem dann so ab der Begegnung mit der Familie. Aber ihr merkt es, ich habe nicht so viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht so genau, worüber ich hier reden will und muss und was ich zu sagen habe. Und das spiegelt aber letztlich auch ganz gut das Gefühl wider, dass der Film eben in mir verursacht hat. Und deswegen finde ich es dann doch irgendwie passend, dass ich hier so ein bisschen mich durch die Review stammele, weil ich dann eben eine sehr gute Projektionsfläche dessen bin, wie der Film mich hat aus dem Kino gehen lassen. Und das spiegelt sich wieder in verwirrten 6 von 10 Punkten, die ich dem Film jetzt einfach hinten raus noch da lassen will. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es so beim Rewatch ein bisschen klarer wird, was da jetzt genau ist. Oder wenn man vielleicht auch mal irgendwie sich ein paar Interviews mit Jordan Peele durchliest zum Film. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Er ist nicht so meine Art, vor allem nicht unbedingt jetzt vor dem Film. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Bei Get Out war es bei mir tatsächlich aber auch nicht anders. Ich glaube, den habe ich sogar mittlerweile dreimal gesehen. Den hatte ich sogar vor kurzem mal nochmal geguckt. Und bin ich aber immer noch nicht so ein Mega-Fan davon. Und bevor ich jetzt noch hundertmal sage, wovon ich noch nicht ein Mega-Fan bin, sage ich einfach euch, werdet doch Fan von Marius Scholz und abonniert gerne diesen Kanal. Kommt gerne auch rüber auf Patreon. Da erscheint jetzt die Tage ein neuer Podcast, in dem ich darüber rede, dass ich gerade das MCU so ein bisschen nochmal durchgucke. und ich vielleicht tatsächlich sogar teilweise ein bisschen von meiner sehr negativen Meinung dazu weg bin. So, Punkt. Ich höre jetzt auf. Ich habe genug gestammelt. Das war es von mir an der Stelle. Wir hören uns schon bald wieder. Spätestens auf Patreon. Macht's gut. Tschüss. Das war es von mir.